Thinking, Fast and Slow, von Daniel Kahnemann ist ein Buch, das sich mit der menschlichen Entscheidungsfindung und dem menschlichen Denkprozess beschäftigt. Kahnemann unterscheidet dabei zwischen zwei verschiedenen Denkmodellen, dem schnellen und dem langsamen Denken. Das schnelle Denken, auch System 1 genannt, ist unser automatisierter und instinktiver Denkprozess, der schnell und intuitiv arbeitet. Es wird von Emotionen und Vorurteilen gesteuert und ist in der Lage, uns in kurzer Zeit eine Vielzahl von Informationen zu verarbeiten. Das langsame Denken hingegen, auch System 2 genannt, ist unser analytisches und konzentriertes Denken. Es ist langsamer und anstrengender als das schnelle Denken und wird hauptsächlich bei komplexen Entscheidungen oder Problemen eingesetzt. Kahnemann zeigt auf, wie unser Gehirn bei der Entscheidungsfindung auf bestimmte Heuristiken und Verzerrungen zurückgreift und wie diese unser Denken beeinflussen. Zu diesen Verzerrungen gehören beispielsweise die Repräsentativitätsheuristik, die dazu führt, dass wir bestimmte Ereignisse oder Personen aufgrund von bestimmten Merkmalen überschätzen oder unterschätzen, und die Verfügbarkeitsheuristik, die uns dazu verleitet, die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen aufgrund der Menge und Qualität der uns zur Verfügung stehenden Informationen zu beurteilen. Kahnemann demonstriert auch, wie unser Denken von unseren Emotionen und Motiven beeinflusst wird und wie wir unser Denken und unsere Entscheidungen durch bestimmte Framing-Effekte verzerren. Er zeigt auf, wie unser Gehirn bestimmte Informationen priorisiert und wie wir dazu neigen, uns an gängige Meinungen und Erwartungen anzupassen, anstatt objektiv zu denken. Das Buch gibt uns Einblicke in die menschliche Psychologie und hilft uns, unser Denken und unsere Entscheidungsfindung zu verstehen und zu verbessern. Es ist eine wichtige Lektüre für alle, die sich für die menschliche Natur und die menschliche Entscheidungsfindung interessieren und die lernen möchten, wie sie ihr Denken und ihre Entscheidungen besser gestalten können. In Thinking Fasten Slow zeigt Daniel Kahnemann auch, wie wir unsere eigenen Denkfehler erkennen und beheben können und wie wir unser Denken und unsere Entscheidungen verbessern können. Er gibt viele Tipps und Tricks, wie wir uns vor Verzerrungen und Fehlern schützen können und wie wir unser Denken auf eine objektivere und rationalere Art und Weise gestalten können. Insgesamt ist Thinking Fasten Slow ein sehr interessantes und lehrreiches Buch, das uns Einblicke in die menschliche Psychologie gibt und uns hilft, unser Denken und unsere Entscheidungen besser zu verstehen und zu gestalten. Es ist eine wichtige Lektüre für alle, die sich für die menschliche Natur und die menschliche Entscheidungsfindung interessieren und die lernen möchten, wie sie ihr Denken und ihre Entscheidungen besser gestalten können. Der Autor von Thinking Fasten Slow ist Daniel Kahnemann. Er ist ein israelischer Psychologe und Ökonom, der für seine Arbeiten zur Verhaltensökonomie und zur menschlichen Entscheidungsfindung mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Bücher und gilt als einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Verhaltensökonomie. Kahnemann wurde 1934 in Tel Aviv geboren und studierte Psychologie und Mathematik an der Hebrew University in Jerusalem. Er lehrte anschließend an der Universität Princeton und ist heute Emeritus Professor an der Princeton University. Von mir bekommt das Buch eine Leseempfehlung. Dem Buch gebe ich 8 von 10 Sternen. Den Link zum Buch findest du unten in den Beschreibungen. Gefällt dir das Buch auch? Dann abonniere doch gern unseren Kanal. Damit erhältst du kostenlose hilfreiche Zusammenfassungen von weiteren interessanten Büchern. Begut dir das Buch finde ich 18 Applaus. Begut dir das Buch! Vielen Dank.